hey yo leute was geht euer iplay ps4 wieder hier ich bin der daniel und heute zeige ich euch mal wieder einen kleinen wallbridge der ist an dem damm vom los santos der ist ziemlich einfach ihr müsst einfach nur die leiter da hochklettern dann müsst ihr nach links laufen also darunter und dann nach rechts zu dem ja zu der absperrung oder zu dem gitter da und dann halt ein bisschen richtig positionieren dass ihr halt dadurch fallen könnt und dann einfach wieder zurück laufen und dann seid ihr halt schon drin und ja ihr könnt überall rausschießen außer an den fenstern hier nur unterhalb den fenstern könnt ihr halt rausschießen und ich möchte halt jetzt ein kollege pushen beziehungsweise ich will mich bei ihnen bedanken weil er schon so viele intros für mich gemacht hat ich glaub das waren jetzt vier insgesamt oder so und er ist echt super also er ist schnell und ja richtig professionell und ich würde dann halt gerne in die video beschreibung reinpacken und ja digga wenn du das siehst du bist echt der hammer ich weiß nicht wie ich mich bedanken soll keine ahnung und ja du bist echt der oberhammer und ja auf jeden fall macht den glitsch nach und ich würde mich über abonnenten freuen und über likes das war es jetzt von mir ich bedanke mich fürs zuschauen bis dahin leute tschau